Komisches Gefühl. Plötzlich steht einem so viel offen und man muss sich entscheiden, was man eigentlich machen will. Und dass es so viele Möglichkeiten gibt, macht das Ganze echt nicht einfacher. Gibt es überhaupt einen Job, der mir Spaß macht? Und ich frage mich, was ist sinnvoll? Klar ist, dass ich etwas machen möchte, worauf ich wirklich Lust habe und meine Leidenschaft ausleben kann. Bei Höfner kannst du deinen eigenen Weg mit vielen Möglichkeiten gehen. Spaß bei der Arbeit. Schnell Ziele erreichen. Tolle Aufstiegschancen. Dich ausleben. Loslegen. Kreativ sein. Durchstarten. Anpacken. Mitmachen. Verantwortung übernehmen. Was bewegen. Das alles kannst du bei uns erleben. Werde Teil unseres Höfi-Teams und bewirb dich ganz einfach noch heute unter höfner.de slash Ausbildung. Übrigens, wir sind Testsieger als bester Ausbildungsbetrieb im Bereich Möbelhäuser.